Wirke Ordnungszauber, um Paare des Mechanismus miteinander zu verbinden. Alter, Mann, ich wollte an den ran, ey. So, den würde ich gerne weg haben, den Sack, ey. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Obwohl ich ein bisschen befürchte, dass... Äh, dass mehrere können, ja. Vielleicht ist das mal wieder die falsche Taste, ey. Okay, meine Befürchtung, dass die immer wieder nachkommen, ist nicht bestätigt. Was war das? Okay, dann können wir jetzt die Ordnungszauber, Paare, Mechanismus, bla 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 machen. Also, ähm, ich mache aber erstmal die Bilder kaputt. Wie soll ich denn... Moment. Der Ordnungszauber ist... Ist das der hier? Ach, Quatsch. Der? Hat der die jetzt verbunden? Hm. 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 Hm, nicht so wirklich, oder? Ähm. Ah, jetzt ist hier so ein Ding. Das ist hier so ein Ding. Okay. Ah, ich muss einfach nur überall in Ordnungszauber setzen, oder was? Wird der nicht verschoben, sondern bleibt der überall aktiv? Nee. Äh. So. So. Warum verbindet der sich jetzt nicht? Hm. Du und... Du noch? Irgendwie? Sie beziehen ihre Energie von den Korallen. Erstaunlich. Die Korallen halten ihre Städte in der Luft und liefern Energie. Ob sie die Korallen auch essen? Das würde erklären, warum sie sich so ähnlich sehen. Alter. Ähm. Wo war denn jetzt dieser Aufzug, der gerade hochgefahren ist? Ah, da hin. Und... Ja. Mein Kompass darf auch da. Schau sich hin. Gut, gut. Dann komm mal runter. Komm mal runter. So. Hoch. Hoch. Ja, super. Das war klasse. Oh. Muss ich das jetzt verstehen, dass ich seitlich da runtergefallen bin und unter dem drunter stehe, obwohl ich ja seitlich runtergerutscht war? Nö. Nö. Ich hör da schon wieder was. Hat sich nicht zugelang gehört. Noch da. War klar. So. Mach hoch die Tür, die Tore, mach weit und es ist so, dass sie nicht aufbleibt. So. Ja, war klar. Ach verdammt. Alter, ich wollte dich eigentlich anbäschen, aber... Das hat nicht so ganz viel zu tun. Ouch. Warum klappt denn hier wieder nichts? Und jetzt. Genau das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Und jetzt. Weg mit ihm. Dann stellen wir mal drauf und gucken... Na. Gucken, was passiert. Ähm. Ähm. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ne. Ähm. Ja. Es ist gut. Es ist gut. Ja, fress mich doch auf. Du spinnst doch, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was für eine Reichweite hat denn der Sack eigentlich? So, ich muss irgendwie da durch. Ihr verrascht mich doch. Äh. So, das Ding ist offen. So, ich gehe zurück. Mach auf. Mach auf. Ach, so weit habe ich zurückgespult. Okay. Ja, muss ich dich jetzt mal wieder. Ach. 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 Das ging nicht. Mach mal an. Dann willst du den andeschen. Und dann geht das nicht. Es geht, dass ich den gar nicht sehe. Aber anscheinend ordentlich treffe. Zack. Weg. Gut. Platt ist er. Ach so, ich muss mich da drauf stellen, ne? Ah. Moment. Ich habe da gerade eine Idee, aber ich will hier erst mal gucken. Wo soll ich denn hin? Darüber. Und wie? Ähm. Darunter gibt es nicht. Darüber werde ich auf keinen Fall nur einen Doppelsprung schaffen. Und dieses Monster lässt sich ja nicht töten. Oh, das hätte ja sein können, dass da irgendwas passiert. Ähm. Dieses Monster lässt sich nicht töten. Ich kann nicht weg. Äh. Wenn ich da drauf stelle, da hinten, dann kommt das Monster. Ja, da ist doch so ein, so ein... Ach so, kann ich nur mit angelegter Waffe. Das sieht doch aus wie so ein... Fahrstuhl. Komm mal hier rüber gefahren. Hm. Hm. Haben wir hier noch eine andere Möglichkeit noch? Irgendwie irgendwas? Nee, dann sind wir ja... Da müssten wir ja wieder raus. Also was ich mir jetzt vorstellen könnte. Ich gehe da rüber. Drehe die Zeit zurück. Nein. Ich stelle mich hier drauf. Drehe die Zeit zurück. Und gehe da rüber. Oh nein. Und ich kann nirgends hin. Er nimmt sich mich. Der Gedanke war also vollkommen daneben. Alter. Die Zeit, das Zeit zurückdrehen nützt mir gar nichts. Ach doch, der ist jetzt da hinten mit meiner Triller beschäftigt. Okay. Wirke Ordnungszauber auf die Obelisten, um sie zu aktivieren. Ich hätte die jetzt kaputt geschlagen, aber okay. Nein. So. Bist du jetzt aktiv? Oh, ja, okay. Da kommt was, was sich drüber ärgert, dass ich da was gemacht habe. Ja. Du bist schon mal weg. Ja. Du bist schon mal weg. Norella? Ach, da kommt Norella. So. Ja. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Du bist aber ein hartweckigen Schwein. So. Ähm. Okay. Dann jetzt bei dir. Nein. Wie das? Kommt jetzt wieder was? Hm. 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 Nö. Wie gerade so einfällt, Tagebucheinträge werde ich ja nicht mehr finden, weil hier war ja von den Menschen noch keiner. Nee. Nee, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Alter. So. Nein, dich wollte ich gar nicht, ich wollte die anderen. Halt. Da. Nein. Boah. 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 Boah.